wir haben es jetzt irgendwie halb zehn oder so viel zu früh ich muss auf jeden fall ein bisschen schlafen nach wollen das ist ganz wichtig damit ich nicht zu verstörend im gesamten tag bin so das hier ist die portugiesische brücke wo wir am ersten tag hier waren und wir müssen diesen fettigen wagen diesen ganzen diese ganze treppe hier runter tragen wir sind auch voll müde und so und mal die hier keine ahnung warum aber die sollten giftig sein deswegen fresse ich die nicht guck mal guck mal hier wir sind die ganze zeit von dahinten gelaufen und wir laufen hier runter weil da drüben dahinten da ist unser erster pennplatz gewesen also da wo wir die erste nacht gepennt haben und dahinten weil wir da stark in ruhe gelassen worden sind werden wir darunter laufen und dahinten unser lager aufbauen damit wir dort chillen und pennen können den ganzen tag das klingt nach einem richtig guten plan so wir sind jetzt an dieser stelle angekommen wo dieser fluss ist da hat herr goldmann schon reingesprungen und genau wir haben hier unsere schlafplatz aufgebaut damit wir hier schon wieder eine runde pennen können und chillen und den ganzen tag hier sitzen cool oder